Hallo und so Leute zu einer weiteren Folge Starbound! Yeah! Und ich klicke mal den Chefsessel an und navigiere uns einfach mal wieder woanders hin. Navigiere uns irgendwo mal hin. Ich weiß gar nicht, ob wir die Planeten überhaupt richtig ausgelootet haben. Ist egal. Wir haben ja genug davon. Alles easy. Can't land. Oh, jetzt bin ich wieder ganz raus. Das wollte ich nicht. Hallo, das wollte ich nicht. Lass mich wieder sitzen. Weil ich das als unser Heimatplanet gerade gekennzeichnet. Ernsthaft? Der hier? Echt? Warum? Ich weiß es nicht. Ach, das Grüne da oben ist meine Ausdauer. Ist das richtig? Das Steroidenfeld. Da möchte ich gerne hin. Du kannst doch wieder nicht machen, dass es losgeht. Das stimmt. Wirklich? Ich drücke einfach mal auf go. Oh. Welchen hast du jetzt erwähnt? Oh mein Gott. Das ist rausgezoomt, rausgezoomt und dann ist da so ein komisches Sternzeichen da, der... Boah, meine Güte. Irgendeiner davon. Okay. Der hier vielleicht? Ich glaube nicht. Alpha Kuma. Wow. Lack des Todes. Bei mir nicht. Bei mir ist alles gut. Ach, ich weiß, wir nehmen jetzt ein Protein. Ich habe keine Ahnung, was es ist und wo wir jetzt hinfahren, aber wir nehmen jetzt einfach den. Ja, das klingt doch fair. Ja. Es geht los. Ich sortiere ja genau, wie wir einfach dreimal in dieser Kiste Silbererz hatten. Richtig behindert. Was ist das hier eigentlich? Ein cool Bookcase. Okay. Ich habe jetzt mal hier in diesem großen Schiff Ding einfach mal das komplette Erz eingetragen. Ach so, hier ja. Okay. Oh, hier ist ja noch ein Haufen Stuff drin. Dann, äh, lass mal kurz die Kisten durchgucken. Ob wir... Ja, genau. Lass mal alle barren. Entschuldigung. Da musste ich niesen. Gesundheit. Danke. Hier sind noch Barren. Barren. Püff. Boah, wie voll ist denn mein Inventory schon wieder? Wir brauchen unbedingt mehr Truhen. Und die Dia ist nämlich auch mal da runter. Dann können wir auch mal... Oh, der planiert sich aber cool aus. Ja. Natürlich. Äh, wir haben sauviel Eisen. Wollen wir nicht mal aus Eisen uns irgendwas basteln? Können wir nicht? Wir können gerne alles basteln, was du möchtest. Aha. Schön, ey. Ja. Bastel ruhig. Bastel. Oh, die Bäume sind voll geil. Oh, wie geil. Das hört sich mega witzig an. Ach, scheiß drauf. Dann mach mal später. Äh, ich komme jetzt auch runter. Oh, ich liebe diese Bäume. Ja, ich will mich hier niederlassen. Oh, wie cool. Bist du aggressiv? Du, 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 du. Hallo. Oh, wie schön. Oh mein Gott. Ja, hier lassen wir uns nieder. Wir suchen uns jetzt eine geeignete Stelle und lassen uns. Na gut, jetzt sind so ein paar Pilze, aber die tun einmal nix. Ja, Pilzfreunde. Hallo. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, man kann schwimmen. Oh. Ja, natürlich kann man schwimmen. Alter, wie geil ist das denn hier? Was ist das für ein Kollege da unten hier? Das ist keiner. Die sind alle lieb. Das sind die Freunde hier. Das sind die Browser. Das ist voll der coole Planet. Hehehe. Piggy. Voll geilo. Ich möchte aber auch was haben. Ein Stone Pig Axe. Okay. Ach so, jetzt hast du gelootet. Der Lootler schon wieder. Der Lootler. Ja, nimm mit. Genau. Oh, ich habe einen Dörter. So. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Alter, Hundis. Die böse sind... Nö. Nein, wie geil ist das? Oh. Hallo Herr Froschmann. Wir können eine Ölatel oder Bomben kaufen. Ohohohoho. Eine Gold Pig Axe kann man sich kaufen. Ja, eine Silber Pig Axe auch. Aber nur für Pixels. Und die haben wir nicht genug. Oh, voll die Hundis. Ja, voll die vielen Hundis und so. Wir haben eine Silber Pig Axe, ne? Ja. Ja? Ach ja, kann sein. Weiß gar nicht. Ich dachte Platin. Ja komm, wir probieren erstmal. Oh, wie geil das ist. Hier bleiben wir. Auf jeden Fall. Lass uns direkt neben dem Kerl hier nieder. Lass mal gucken, ob da rechts ist. Neben dem Kerl? Ja, neben dem Hundi Kerl. Wobei man? Das greift uns bestimmt an. Nein, das greift uns auch nicht an. Ach, das hat so ein Chatterplanet. Wie geil. Wie so Fluffybäume, alter. Ich würd sagen. Ja. Oh, hallo. Oh, Stone Pig Axe. Was ist das? Pointless Jar. Oh, man kann mit den handeln. Wir können hier Futter kaufen. Oh mein Gott. Den hat auch schon angekutscht. Wir können hier Weizen und sowas kaufen. Und Zucker. Ey, richtig cool. Was geht da ab? Raw Alien Meats. Äh, ja. Okay. Dann würd ich sagen. Ich will gar nicht so weit weg von dem Hundi Kerl. Wir brauchen Kohle, müssen wir. Wir können erstmal erkunden. Hier scheinen ja kaum böse Viecher zu sein. Er ist auch lieb. Juhu. Sehr nice. Oh, das ist ganz toll. Toll. Boah, da unten ist ein bisschen, ja. Sieht auch nach Kupfer aus. Aber Kupfer brauchen wir trotzdem. Weil wir nicht mehr als eine volle Kupferrüstung haben. Ja, auf jeden Fall. Ich nehm Pixel mit. Irgendeiner muss ja gleich bauen. Ja. Oh mein Gott. Jetzt hab ich irgendwas böse. Ich hab ein... Wieser Samen. Ja, ein bescheulertes Wieser Samen. Wieser Schick. Nein. Schicke Samen, Mann. Schicke Samen. Ist der böse? Der versuch dich anzugreifen, oder? Ich weiß nicht. Ich geh mal kurz runter. Wenn ich tot bin, dann weißt du Bescheid, ne? Okay. Ja, er greift mich an. Er greift mich an. Er greift mich an. Warte. Ich eile. Oh, Schicke Samen. Das muss doch nicht... Weil der Eimer draufgehauen ist dort. Okay, also Schicke Samen ist böse. Aber die sind auch böse. Alter. Die gehen aber richtig ab, Diggi. Ja, lass mich doch mal kurz eben mal meine Bandagen wieder reinpacken. Ich glaubste beide. Ich hatte noch Leder oben drin. Aber okay, wir müssen uns nur vor den komischen Wieser Samenviechern schützen. Warte mal? Ja. Dann... Das ist halt unser Planet. Okay. Wir haben unseren Planet gefunden. Das ist unser Planet auf jeden Fall. Der ist einfach... Ah, hier ist, glaub ich, Gold. Ich glaube, der hat uns gefunden, Fachwaffen. Ja. Es ist gut, dass wir nicht zu dem Asteroidenfeld geflogen sind, von dem ich aus Versehen angeklickt hatte. Kein Giftwasser. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Ja, stimmt. Okay, es ist schön hier. Ja, es ist voll schön. Ich möchte mich mit dir niederlassen hier und mit dir ein Häuschen bauen. Oh, ich schaffe Häuschen, Bauer. Ja. Ja. Mal schauen, was hier nachts passiert. Wenn hier nachts nichts Bescheuertes passiert, dann können... Es werden viele bescheuerte Sachen passieren. Ich meinte im Sinne von... Oh, der... Das... Wie der kaputt geht. Oh, es blitzt. Ich sehe schon. Jetzt geht der nachts voll ab, der Planet und macht uns voll fertig. Das blitzt auf jeden Fall rund, ne? Oh, das Eisen. Ganz viel Eisen. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich kümmere mich um das Shiggy Samen. Ja, Shiggy Samen. Das ist One-Hit. Das heißt, das ist voll der Easy Planet. Ja, scheint so, ne? Sehr schön. Ich muss halt die Dinger da oben mitnehmen. Die Fibris. Für neue Dings. Bandages. Safe is safe, Digga. Aber safety first. Ohohoho. Ich hab noch so'n... So'n Kit, was mich sofort instantiert. Ja, echt? Ja, echt? Ich hab noch'n Bananenplakat. Ja, das ist so geil! Das kommt auf jeden Fall in unsere Butze rein. War eigentlich jetzt auch gerne auf'm Schiff gehabt, weißt du? Ich muss auf dein Schiff hängen, weil... Du bist der Affe! Uuuhu. Hahaha. Aber ich komme hier nicht mehr raus. Verdammt! Du quietschst heute auch so von allerfeinster Kajüte. War's so schlimm auf der Arbeit? Was? Ich hab' converge. Da, Kohle. Arbeiter. Ohohohohohoho. Ich wurde der Sklave. Ja, hab' ich hier wieder hoch. Ich hab' keinen Bock jetzt hier uns zu looten... Ich will hier oben weiter die Welt erkunden! Uuuhh! Tomaten! Flup. Und Tomaten- Sieet. Wir müssen uns jetzt erstmal nach ним anbauen. Das wird schön. Das wird so'lochn. Da ist nochmal... Hallo. wie dann lieber bist du ein lieber so ein lieber müssen wirklich erst mal rüstung bauen dazu müssen wir aber kupfer und gold haben gold war ja im sinne von noch die stadt stadium zwischen silber und zwischen eisen ja möglich ja sicher wir müssen ja bis wir uns eisen sachen machen können die ganzen ganz anderen kram ich kümmere mich mal dieses komische etwas das komische etwas dark gravity ball seine fähigkeit in your face i see your face there's one thing i would change cause you scheiße just the way you blubber blubber kohle guck mal unter dir jetzt auch kohle 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 ich mag kohle 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 ich mag kohle kohle jetzt voll geklaut ey nein voll selbst gemacht nein nein dann würde ich dann wird es anders gehen kohle 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 ja genau so naja aber ich weiß äh was du vorhattest ich wollte einfach nur ich wollte eigentlich nur über kohle singen da sind da sind piranhas ja egal und auch wohnen schott ist hängen geblieben hallo ist hier jemand hallo ich habe nur unter der wohnung gefunden oder so ich leuchte ich leute dir mal aus herr pilz ja guck dir meinen pilz hier oben an ja echt ne kann ich abbauen unten gibt es auch noch pilze einfach ja man kann den pilz abbauen ja wieder umfällt ja und es spawnen pilze raus und ja dann zieht dafür oh ich glaube ich habe die fliege viecher gefunden die angreifen ja scheint so so jetzt aber und da oben sind noch laufend ist noch ein laufender pilz und eine wohnung die pilze auch handeln hallo ja mit e kannst du mit vielen handeln ja ja ich weiß das hätte die ganze buli geplündert ja ja ach komm lass den doch das unsere 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 bros und bro dienia bros und bro diens ähm wir müssen dann irgendwie ho oh ja danke das ist fast nett von dir alter das sieht aus wie ein großer pilz ja richtig cool gemacht nein okay nein hör auf ich will die töpfe da oben haben wir sind überall noch da sind pixel drin du bist nicht link hau nicht alles kaputt doch genau da bin ich ich will diese töpfe hier so wie ich hast dann kannst du noch heiter werden wei 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 ich lauf schon mal vor heiter heiter pup heiter ja und es geht heiter weiter warte ich mach hier nicht hier ist noch so ein topflager für dich was denn hier oh mein gott ich habe zucker gefunden ne zuckerplantage von denen ne zuckerplantage ja richtig nein das sind ja pilzbäume ist ja cool jo äh ich werde hier mal so 1,2 zurückpflanzen wenn ich 10 seeds daraus bekomme 1,2,3,3,4,5 ach das machst du aber schön ja danke ich könnte doch mit so einem pilz in den wald äh pilz hier reinsetzen das wäre lustig das mach ich doch pilz der lootler ist wieder am werk die kannst du aber mitnehmen ja ich habe keinen platz mehr what the fuck das ist halt wenn man der lootler ist ne im all ready voll ja doof jetzt schmeiß ich weg nix hä ich bin voll ja du bist immer voll graffitti ein graffitti okay zack und hier noch ein altes schwert ja tatsächlich 1 2 aber die pixe kann ich mitnehmen 4 pixe das ist so ein schwert hingeschmissen okay das habe ich jetzt nicht ein ja nur ein schwert so stopp oh die fluffy bäume gibt es auch noch ein lila juhu oh was ist denn hier los digga was sind das denn für abgefahrene sachen alter da unten ist noch ein ja was ist denn das da unten müsste ich gerne mal rein da ist noch ein wau wau das stimmt und und chili seeds oh das ist cool chili chili willi ähm chili willi kommst du wieder hoch ja ne ich gucke aber was ich wegschmeißen kann ach so war auch sehr sinnvoll dich runterzuschicken zum looten ja es wird langsam nacht jetzt wird es mal wirklich spannend weil ich wirklich ja das stimmt was hier nachts passiert aber das noch ein im mäßigen visa schick ja genau schnetzel die viecher die lieb sind easy peasy was noch ein chibi sauer okay ich würde behaupten es wird wie alt und lass uns campfire aufstellen und man kann ja auch nachts arbeiten schön die erste nacht betrachten stell mal ein bisschen reinbuddeln einfach fricken stell mal ein campfire hier oben auf ich möchte hier oben vorweilen oben ok aber oben sind die ganzen viecher lass das campfire hinstellen ich hab keinen ich hab nie mal ein campfire dann craft da eins ja ja bin ja dabei geht aber nicht weil ich kann es nicht mitnehmen dann liegt es hier kannst du hier liegt es ja ok ja weißt du was lass uns doch einfach die wunderschöne nacht an unserem wunderschöne nacht an unserem see auf diesem wunderschönen planeten verbringen und den leuten danke sagen dass sie zugeschaut haben und uns sagen dass wir uns freuen auf die nächste folge oh ja sehr ich liebe diesen planeten ja der ist voll awesome man ja der ist awesome ja richtig nice hu 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 wie gesagt danke leute fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao ciao tschüss 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 tschüss